Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Assassin's Creed 3. Heute haben wir am Meucheln mit 18.300 Punkten von dem guten Gamers Canary erstellt das Gameplay. Ich hoffe ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Link zu seinem Kanal findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wir haben das Paket Gift-Rauchbombe-Wurfmesser, also ein typisches gängiges Paket. Wir spielen hier gegen fast Halb-Nope, ein paar glaube ich hatten es drauf. Ich weiß es nicht, ich habe mir das Gameplay nur einmal angeguckt. Auf jeden Fall ein schönes Gameplay vom Meucheln. Beim nächsten Mal gibt es dann ein bisschen was anderes und zwar Dominanz. Oder war das jetzt Dominanz? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ne, das war nicht Dominanz, das war Kopfjagd. Beim nächsten Mal gibt es dann Kopfjagd, ist mal ein bisschen was anderes. Also nicht nur Meucheln, was nicht heißt, dass ihr nicht weiterhin Meucheln einsenden könnt. So, heute ein bisschen wieder off-topic gequatscht. Und zwar, ich habe mir die God of War Collectors Edition bestellt. Also die God of War Ascension Collectors Edition, also das neue God of War. Das ja nicht wirklich ein weiterer Teil ist, sondern einfach nur eine... Ja, was ist denn das? Wie soll man das nennen? Es ist eine Vorgeschichte von Gratos quasi. Wie genau das da dann ablaufen wird in dem Spiel mit der Story, weiß ich gar nicht. Weil wir hatten ja eigentlich schon einen Teil, wo seine Vorgeschichte so ein bisschen demonstriert wird. Und zwar auf den PSB-Teilen, die man ja hatte. Das war zum einen Change of Olympus, war das das? Ich glaube, so hieß es. Und das andere hieß, glaube ich, Ghost of Sparda. Ja, die habe ich auch beide hier auf HD. Habe ich schon durchgespielt, fand ich eigentlich auch ziemlich geil, ziemlich gut gelungen. Was Ascension da jetzt noch rausballert an der Vorgeschichte, keine Ahnung. Also das müssen wir sich anhören, da müssen wir schauen. Ich habe es bestellt, wie gesagt. Und eigentlich ist es schon vor zwei Tagen erschienen. Aber wie man Amazon kennt, habe ich es wieder mal nicht rechtzeitig bekommen. Heute ist Freitag, der 15.03. Normalerweise sollte es heute kommen, nach Angaben der Post. Mal schauen, ob es tatsächlich kommt. Weil wie ich die Post kenne, dauert es dann wahrscheinlich doch bis Montag. Und was weiß ich alles, ne? Das ist echt eine zähe Geschichte. Sollte es aber heute noch kommen, wird heute noch ein Unboxing davon kommen. Also ich werde euch zeigen, was da alles drin ist. Weil da ist nämlich eine Figur drin, die ich euch zeigen möchte. Und da gibt es noch einen Season Pass. Das ist ziemlich geil, weil von God of War sollen 10 DLCs in den nächsten 6 Monaten kommen. Und die bekommt man durch diesen Season Pass dann eben gratis. Und das finde ich schon, ist eine geile Option auf jeden Fall. Da muss man nicht alles extra kaufen. Da spart man sich auf jeden Fall viel Geld. Was gibt es denn sonst noch zu sagen? Lass mich kurz überlegen. Ich habe mich hier auf dieses Commentary 0,0 vorbereitet. Also keine Themen irgendwie ausgewählt. Sondern nur so grob halt, was ich halt labern will. Aber so genau weiß ich das ja selbst nicht mehr. Achso, ja genau. Aber wie gesagt, das ist halt zu spät. Jetzt ist es halt schon wieder 15. Ich werde das auf jeden Fall let's playen. Den Story-Modus. Und auch den Multiplayer-Modus werde ich euch zeigen. Ja, God of War Ascension hat einen Multiplayer-Modus. Und da kann man folgende Modus spielen. Zumindest das, was ich gelesen habe, ist 2 gegen 2. Also natürlich alles mit echten Spielern, ist ja klar. 2 gegen 2. 4 gegen 4. Dann gibt es noch einen normalen Deathmatch. Wo einfach jeder gegen jeden kämpft. Dann gibt es noch 2 bis 4 Spieler, glaube ich. Gegen ein Riesen-Monster. Oder gegen irgendeinen Gott. Mal gucken. Das so genau weiß ich das nicht. Joa. Dann kann man sich halt seine Rüstungen selbst mit Bonus verzieren. Seine Waffen kann man sich selbst mit Bonus verzieren. Diverse Stats draufgeben und so weiter. Also das typische halt. So ein bisschen halt dieses Rollenspielelement ist halt auch drin. Man hat da natürlich auch abklingt Zeit auf Fähigkeiten und so weiter und so fort. Weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte gut werden. Und ich denke mal, ist eine nette Abwechslung zum Assassin's Creed. 3 Multiplayer, weil ich den selbst ja eigentlich kaum noch spiele. Wobei das wäre auch ein bisschen gelogen. Ich spiele ihn schon, aber ich spiele ihn nicht lang. Früher habe ich ja manchmal 6 bis 7 Stunden am Stück gesuchtet. Und jetzt vielleicht noch 20, 30 Minuten. Dann spiele ich ein paar Runden. Vielleicht 1, 2, 3 Runden, 4 Runden. Wenn es hochkommt, mal auch 10 Runden. Aber das war es dann auch. Ich weiß nicht. Die Motivation ist halt nicht mehr so da in Assassin's Creed 3. Muss ich jetzt so mal hier sagen. Ich finde diese Betäubung so geil. Einfach nur mit dem Schädel voll in die Fresse, Alter. Ich habe die Betäubung leider nur mit meiner Rotröckin. Die hat das. Aber die anderen, da brauche ich ja voll das hohe Prestige-Level. Und ich habe irgendwie überhaupt keinen Bock mehr zum Leveln. Naja. Nachher wenigstens habe ich es mit der Rotröckin. Ja. Ich finde das einfach die geilste Betäubung, sagt es hier. Einfach mal eben voll mit dem Schädel in die Fresse. Ist schon geil. Was gibt es denn sonst noch zu sagen? Genau, kauft sich einer von euch. God of War Ascension. Um den Multiplayer dann auch zu zocken. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Es wäre einfach nur geil, da mit euch ein bisschen zu suchten. Vor allem, da wir ja dann alle noch neu sind. Und keiner noch irgendwie so richtig Ahnung hat vom Spiel. Ich glaube, das wäre geil. Alles blutige Anfänger, die sich dann gegenseitig zerwichsen. Ist doch nicht schlecht, finde ich. Also, so ein bisschen aufs Maul geben. Das kann, glaube ich, ein bisschen lustig werden. Was heißt ein bisschen? Das wird sicher sehr lustig sogar. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr da Bock hättet. Und ob ihr es euch überhaupt kauft. Wie gesagt, der Multiplayer, wie auch der Story-Modus, wird Let's Play von mir. Das habe ich ja eh schon... Da sehe ich das ja ewig her, wo ich das angekündigt habe. Ach, übrigens, was ich noch zum Gameplay sagen wollte. Das ist aufgenommen mit der Elgato. In 720p aufgenommen, wie es mir scheint. Oder hat es in 720p gerendert? Keine Ahnung. Ist aber ein sehr, sehr geiles Bild. Man kann auch 1080p aufnehmen. Ich weiß nur, wie gesagt, nicht, ob es in 1080p aufgenommen wurde und dann nur in 720p gerendert ist. Keine Ahnung. Das kannst du ja mal in die Kommentare schreiben. Aber ich finde, wenn es schon 1080p aufnimmt, dann auch 1080p reingern. Das gibt nochmal extra Charme, dem Bild, finde ich. Aber muss man natürlich nicht zwanghaft. Joa, ich weiß gar nicht, was ich hier heute erzählen soll, ehrlich gesagt. Es ist halt ein Meucheln-Let's, äh, let's play's euch. Ein Meucheln-Dings hier. Ein Meucheln-Gameplay mit 18.300 Punkten. Gegen, wie gesagt, Fast-Nobes. Das sieht man ja auch hier. Die peilen ja nicht wirklich was. Äh, joa. Beim nächsten Mal gibt es dann, wie gesagt, Kopfjagd. Das ist, fand ich ziemlich geil gemacht. Sehr, sehr geil sogar. Joa. Das ist übrigens nicht von Kuida, aber das habe ich eh schon erwähnt, ne. Kuida sendet mir auch noch, äh, Gameplays zu. Der war aber jetzt, äh, fünf Tage, äh, nicht da. Und es wird natürlich auch wieder von mir Gameplays geben. Habe ich, äh, schon welche erspielt. Äh, die habe ich total spontan erspielt. Ich habe einfach die PS3 angemacht, habe ein bisschen gespielt. Und dann hatte ich halt einen guten Lauf. Und dachte mir so, hey, äh, das ist eigentlich gar nicht mehr so eine schwache Gruppe. Also waren ein paar Prestige dabei. Und dachte ich mir, hey, äh, da starte ich jetzt mal die Aufnahme. Und guck's einfach, was dabei rauskommt. Und ein Match davon ist relativ gut gelungen. Beim anderen habe ich ziemlich gefällt. Aber das stelle ich trotzdem hoch. Muss ja nicht immer unbedingt jetzt, äh, Profil-like sein. Kann ja auch mal hier so, äh, lustige Fails dabei sein. Wobei lustig waren die eher nicht. Ich hab mich sehr aufgerecht darüber. Äh, joa. Kann man ja mal machen, auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, ob das heute noch kommt. God of War Ascension, ich hoffe es. Weil ich hätte so richtig Bock drauf, den Multiplayer, äh, zu spielen. Natürlich freue ich mich auf die Story auch, ist ja klar. Auf die freue ich mich eigentlich noch mehr. Ich bin gespannt, was die da halt machen wollen. Weil, äh, wir haben ja von Gratos schon alles gesehen. Die Vergangenheit von ihm. Eigentlich, ja, haben wir das gesehen. Aber was mir aufgefallen ist, wir haben Gratos noch nie gespielt, äh, wenn er, äh, Dingens hier. Weil der hat ja, seine Haut war ja, ursprünglich war er ja ja braun, ne. Also, ein braungebrannter Typ, sag ich jetzt mal. Gebräunt, ihr wisst schon, was ich meine. Und, äh, er hat ja seine Familie umgebracht, wie ja viele von euch wissen. Oder, ich hoffe, dass das viele wissen, weil wenn nicht, das ist eigentlich, äh, das gehört eigentlich sofort bestraft, wenn man God of War nicht kennt. Ähm, äh, ja, und dann hat er ja die Asche von seiner Familie auf, 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 auf die Haut bekommen. Und dadurch war er dann Käsebleich. Und, was heißt Käsebleich? Nicht jeder Käse ist bleich. Ja, auf jeden Fall, äh, er war halt dann ganz, ganz weiß. Jo. Und, äh, angeblich soll man in diesem Spiel, äh, noch in dieser Form spielen, wo er eben noch nicht seine Familie geschlachtet hat. Mal schauen. Man muss es, äh, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob es auf mich zukommt. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall geil wird, weil, äh, jeder God of War war geil. Seien wir doch mal ehrlich, Hand aufs Herz. Äh, es gab kein God of War, der nicht geil war. Das muss man echt sagen. Also, jeder God of War war richtig toll. Die, inklusive den PSV-Teilen. Also, mich hat jeder Teil wirklich fasziniert. Das war kein Teil irgendwie schlecht. Gar nichts. Das ist einfach, für mich ist es ein perfektes Spiel einfach. Sowohl von der Story als auch vom Gameplay her. Es ist einfach, äh, in meinen Augen das perfekteste Spiel, das jemals kreiert wurde. God of War, und das meine ich jetzt wirklich ohne irgendwie Übertreibung oder sonst was. Für mich das perfekteste Spiel, das jemals erschienen ist. Einfach nur geil. Joa. Ach, übrigens, Jumpstun. Weiß einer, ob der noch funktioniert im Deathmatch? Hör, ich bekomme den irgendwie nicht mehr hin. So wirklich. Auf der PS3 im Deathmatch-Modus. Manchmal funktioniert der. Da bin ich mir aber dann nicht sicher, ob das einfach nur der Typ war, der einfach übel schlecht war und einfach nicht gepeilt hat. Weil bei manchen funktioniert es überhaupt nicht. Das ist total komisch. Da gebe ich ein Prestige Nummer 1, gebe ich voll ins Jumpstun, ist kein Problem. Aber bei Prestige Nummer 10 oder so hat es voll nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Entweder hat der das gecheckt oder ich weiß es nicht. Kann man das überhaupt checken, wenn man, wenn man, ich meine, das ist ja schließlich, man kommt ja gar nicht dazu, irgendwie den zu killen, wenn er den Jumpstun macht, oder? Ich meine, wenn der perfekt gesprungen ist und, und ich bin perfekt gesprungen, der hat das aber trotzdem irgendwie, wie hat er mich trotzdem noch gekillt. Keine Ahnung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ihr Profis wisst das ja alle. Ich bin ja nicht unbedingt ein Profi, ich bin ein Durchschnittsspieler. Okay. Hier sehen wir auch nochmal den Namen Gamers Canary. Spricht man das so aus? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Nicht, dass ich mich hier peinlich mache. Der kommt übrigens aus Berlin, hat einen ziemlich geilen Dialekt, da muss ich immer drüber lachen. Also nicht jetzt auslachen, sondern ich muss einfach drüber lachen, weil ich es toll finde. So, gut, das Gameplay bleibt sich dem Ende zu. Heute ein bisschen Kiri im Kopf und wusste nicht recht, was ich sagen sollte, aber das war's dann auch hier. Ich muss schnell Tschüss sagen, weil wir haben nur noch 5 Sekunden und ich sag, haut rein, euer Kage.